Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen die Text-to-Speech-Software. Wie ich sage, wenn mein Deutsch nicht gut ist, dann habe ich noch andere Videos auf Englisch. Entschuldige mein Deutsch, vielleicht nicht perfekt, aber ich mache, was ich konnte. Ihr könnt kostenlos registrieren und wie ich habe gesagt, diese Software ist eine Brücke, Software zwischen Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud und IBM. In den letzten Tagen hat Microsoft Azure diese Neuigkeit gegeben. Die Deutschsprache hat neue Stimmen, weibliche und männliche Stimmen. So, ich würde euch zeigen, wie ihr hört. Und einmal hier in der Software könnt ihr auch die Deutschsprache wählen. Ich habe jetzt hier auf Deutsch, aber habe ich hier natürlich Übersetzen. Ja, ich habe vier Jahre da in Deutschland gewohnt, so natürlich möchte ich meine Software auf Deutsch haben. Und konnten wir hier suchen für die Sprache, die sind nützlich. Und wir haben hier die Deutsch von Österreich, natürlich von Deutschland und für die Schweiz. Und möchte ich euch zeigen, erstmals die Microsoft Azure Stimme. In diesem Video fokussiere ich in die Azure. Und hatten wir jetzt die Konrad in einem anderen Video. So, dieses Video würde vielleicht ein bisschen länger sein. So, ich konnte jetzt Springer in die Teilen von... Ich mache die Teile hier in YouTube, so ihr konnten die Stimme hören. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hören wir eine weibliche? Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Hallo, Sie können jede unserer Stimmen verwenden, um Ihren Text nach Bedarf zu synthetisieren. Fügen Sie zusätzliche eingebaute Spracheffekte hinzu, um Ihre Sprache weiter zu verbessern. Und Sie können auch neuronale Stimmen verwenden, um Ihren Text so klingen zu lassen, als ob er von einem lebenden Menschen ausgesprochen würde. Und so haben wir mehr Stimmen. Das Video konnte länger sein. Wir konnten kostenlos registrieren und finden Ihre Stimmen, die ihr mochten probieren. Und wenn wir sind glücklich, wie eine Stimme hört, wir konnten auswählen. Und dann konnten wir hier die Texte schreiben. Und wir haben hier auch die Kontrolle. Ich zeige euch in anderen Videos, wie es funktioniert. Wenn wir die Nummer ändern möchten, oder wie gesagt, konnten wir hier auswählen. Auch eine Empfehlung ist, diese Seite, die X benutzen, oder die Medium, oder die Soft, oder Laut, hört nicht sehr, oder ändert sich nicht sehr viel. Und auch wie die Geschwindigkeit, oder die Stellplatz, oder die Unterbricht, die Pause. Ich hoffe, die Übersetzung ist korrekt. Und konnten wir auch die Pause machen. Und wenn wir glücklich mit dem Text sein, dann eine der Empfehlungen ist zu synthetisieren. Und nicht nur hören, weil wenn wir nur hören, ist auch die Zeichen benutzt. So ist es, die Empfehlung zu direkt synthetisieren. Und wenn es fertig ist, dann konnten wir hier die Stimme hören. Hallo, ich bin Carlos. Ich komme aus Mexiko. Ich wohne in Stuttgart. Und dann, wenn wir okay sind, dann hier haben wir die Herunterladen-Button, sodass wir hier haben die Audio. So, diese ist die Text-to-Speech-Software. Ich hoffe, dass ihr findet es gut. Was denkt ihr von der deutschen Stimme? Nicht nur meins, aber auch hier von der Microsoft Azure. Ich denke, ja, es ist gut. Es fehlt noch. Aber ich denke, mit der Zeit, Microsoft Azure und IBM und die anderen wird die Stimme noch verbessern. Ich lasse die Link in die Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt. Danke für's sehen. Danke. 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 Danke.